Hey, da sind wir wieder zu Let's Play Silent Hill. Wo waren wir denn das letzte Mal? Wo sind wir gerade? Ja genau, wir wollten ja hier zum Musikraum. Ja, dann gehen wir erstmal hier. Oder? Wo sind wir jetzt hier? Okay, da waren wir noch nicht. Hm, okay, ich dachte, es wäre irgendwas hier drin. Nee, ich wollte gerade sagen Deutschlandkarte. Das ist nämlich manchmal das Problem, hier sind so Dinge, die man gar nicht identifizieren kann. Hier ist wahrscheinlich nichts von Deutung. Ja. Und das weiß er alles, ohne reinzugucken. So, ja, dann gehen wir da durch. Okay, hier ist irgendwas. Junge! Lucky ist auch tot. Okay. Scheint. Äh, wo sind wir denn? Ist das mein Menü? Ja. So kleinen Trägen, what the fuck is that? Okay, was? Oh, Wolf. Was ich mich fragen, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe. Also ich mache die jetzt quasi ein bisschen aktuell. Ich hatte leider keine Zeit, die ein bisschen auf Vorrat zu machen. Ähm, wir haben auch heute Donnerstag. Also, ähm, das ist jetzt heute Abend auch hochgeladen. Ähm, ich habe eben auch Reto-Erinnerungen hochgeladen. Sorry, ich wollte, ähm, ich wollte das früher hochladen und besiegen uns auch früher aufnehmen, aber ich war müde und bin eingeschlafen. Okay, maldurch, ähm, ich werde noch nie kontrollieren. Uiuiui. Junge! Das ist nicht mehr aufstehen, finde ich cool. Aber mitten in die Fresse, Alter. Ich bin aus nächster Nähe, meine Knarre. Das muss doch wohl wehtun. Was ist das? Okay, das mag ich irgendwie nicht, wenn da irgendwo Geräusche sind. War ja irgendwie klar, ne? Was ist zur Hölle war das? Habe ich jetzt richtig gehört, dass die Katze gestorben ist? Oder getötet wurde? Oder whatever? Ach, meine Katze, ey. Okay, ich nehme an, das war halt die Katze. Wo hin denn wir jetzt? Äh, ja, genau in die Richtung, ne? Genau. Ach, das ist der Schulhof, oder? Whatever. Boah, die arme Katze, ey. Wird das auch gehört, oder? Das ist tot. Okay. Dieser Hinweis sollte vielleicht, naja. A tale of a bird's, of birds without a voice. First flew, the greedy pelican, eager for the reward. White wings, flailing. Then came a silver dove, flying beyond the pelican, as far as he could. A raven flies in, flying higher than the dove, just to show that he can. A swan glides in, to find a peaceful spot, next to each other bird. Äh, another bird, sorry. Äh, ich arbeite an meinem britischen Akzent. Finally out comes a crow, crow, coming quickly to stop, yowing and then napping. Who will show the way, who will be the key, who will lead to the silver reward? Ich hab kein Wort verstanden. Okay, ich nehm an, ich muss Klavier spielen. Also so weit komm ich selber irgendwie. Aber, ähm. Was ich jetzt spielen muss, ich mein, das sind zwar Musiknoten, aber. Ich weiß nicht, ob der Klavier spielen kann, und ich bezweifle, dass bald Claire. Ah. Habt ihr das gesehen, da oben? Da die Medaille? Ich nehm an, ich spiel das Klavier und die fällt runter. Okay. Das ist jetzt natürlich doof, wenn das Ding nicht aufgehen will. Ich hab echt keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ja, äh. It won't open. It doesn't look locked. Ja, was jetzt ist die Frage, ne? Äh. Okay, ich könnte noch durch die anderen Räume gehen, aber. Äh. Ja, ne? Äh. Das ist die Frage jetzt. Was bringt mir das dann? Gucken. Ui. Uff. Okay, ähm. Was haben wir hier? Hall. Das ist noch erste Etage, ne? Ich bin ja da, ja, ich bin da hinten einmal drumherum. Reception-Frage-Zeichen. Teacher-School. Vielleicht ist da was drin. War Hall eigentlich abgeschlossen? Ne, ich bin dann direkt. Achso. Okay, ähm. Noch weiter runter. Boiler Room Storage. Okay, Keller, Erdgeschoss, Erste Etage und Dachgeschoss. Beziehungsweise Dach. Ähm. Ich weiß es jetzt gerade ich nicht, äh, was ich machen soll. Und deswegen, ähm, tue ich jetzt einfach kurz mal, ähm, ähm, äh, Internet gucken. Ähm. Ja, jetzt, äh, sorry, Leute, äh, jetzt fünf Jahre hier rumsuchen nach einer Lösung ist auch doof, ne? Also, bis gleich. So, ähm, da bin ich wieder. So, wenn ich jetzt den Leuten in den, wo auch immer die jetzt das geschrieben haben, ich weiß nicht, ob es Forum ist oder nicht, äh, wobei ich jetzt glauben tue, dann muss ich erst mal runter, die Medaille irgendwo, äh, also da einsetzen. Und, äh, da durch, ne? Ja. Die Medaille einsetzen und dann, äh, Gott, nein. Und dann erst, freundlicherweise darf ich in den Klavierraum rein. Äh, kann ich in den Klavierraum rein, dann kann ich den Kack, irgendwie, funktioniert der. Ja, das ist, äh, sehr sinnlos. Ich weiß auch nicht. Wäre so ein bisschen wie, äh, du kannst erst... Ah, du kleiner Hurensohn. Du Missgeburtige, Missgeburt. Was mach ich da? Ui. Nee, Moment. Ja, Junge. Äh, wo bin ich jetzt? Da bin ich also, okay. Ja, dann, äh... Ja, auf dem Weg nach draußen. Auf der anderen Seite können wir eh nicht raus, wahrscheinlich können wir gar nicht durch die Tür. Kann ich mal hier die Klassenräume durchsuchen. Was machen Sie? Hurensohn-Tüten. Ich frage mich mal, ich nehme mal an, das waren mal Schüler oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, was das gewesen sein soll. Ich weiß auch nicht, was die Leute gekifft haben, als die den Scheiß hier gemacht haben. Also ich nehme an, das war jetzt nichts Gesundes. Aber ich finde schon krass, dass man hier gehen und schießen kann. Das war nur der. Kleines, süße Kerl. No, no, no. Ich freue mich immer noch, wie soziale Munition eigentlich hier ist. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ich gehe jetzt in die Halle. Dann gehe ich raus. Das ist keine Lust mehr auf mich, oder was? Voll sinnlos. Äh, nö, ich laufe jetzt weg. Äh, toll. Also hier kann ich nicht durch. Ne, da oben, Moment, eben war noch abgesch... Fuck it. Ernsthaft? Fuck it. Das war doch eben hier abgeschlossen. Ja, das Spiel macht manchmal übelst keinen Sinn. Ich meine, ich verstehe schon, es soll ein bisschen gruselig sein. Es soll einen Angst machen. Okay, soweit ich jetzt verstehe, kann man gar nicht in die Halle rein. Gut. Naja. Ist egal, bald ist ja eh der Part vorbei hier. Ich kann jetzt nur... Also, ich könnte schon über 15 Minuten jetzt hochladen, aber ich habe Angst, dass YouTube irgendwann wieder mit seinem Kack-Bug da ankommt. Ich weiß gar nicht, ob der gelöst ist. Und ich habe gedacht, anstatt irgendwann später wieder zu rendern, also quasi doppelt zu rendern, was irgendwie miese ist eigentlich. Keiner da. Ach so, der, der kleinen Süße da. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also, das ist irgendwie so einer dieser netten Geister oder... whatever. So, wo war ich jetzt noch nicht? Gehe, äh... Da kann ich nicht durch. Hm. Ich würde sagen, ich gehe... Ja, ich untersuche mal diese ganzen Zimmer noch da hinten. So, äh... Nach rechts muss ich dann. Oder? Jo, ist richtig. So, dann mache ich auch hier einen Cut dann. Und... Ja. Hallo? Bin ich hängen geblieben? Moment. Jo, äh... Ich habe mich verklickt eben. Also, bis dann vom Hausen. Tschuaas! Bye. Tschu. poisoningos.